Ihre Gesundheit ist Ihnen wichtig? Dann ab nach Bad Abach. Sie wissen, wie es geht? Sie haben Einfühlungsvermögen, Organisationstalent, praktisch-technisches Know-how? Als OP-Pflegekraft arbeiten Sie selbstständig an einem jungen, dynamischen Team. Sie verantworten die OP-Vorbereitung, sind als Instrumentierer oder Springer tätig und dokumentieren die Operation. Und das Beste ist, Sie arbeiten in der Pflege und haben trotzdem am Wochenende frei. Nach Feierabend lädt das nahe Altmühltal zur Erholung ein. Ganz nach Vorliebe. Zu Fuß, auf dem Rad oder auf dem Wasser oder am Kletterfelsen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Asklepios Bad Abach.